In diesem Video beschreibt Dr. Bieger einen Patienten mit Verdacht auf Post-Finasterid-Syndrom. Ich möchte Ihnen über einen weiteren Fall berichten, bei dem die hormonelle Situation als mögliche Ursache der Fatigue eigentlich im Vordergrund steht. Bei diesem Fall möchte ich noch eine sehr seltene Besonderheit besprechen. Das heißt selten, weiß man nicht, weil dafür keine Zahlen bekannt sind. Also vielleicht gar nicht so selten wie bisher gedacht, aber bisher sehr wenig beachtet. Wahrscheinlich, weil auch die betreffenden Patienten sich medizinisch gar nicht zu Wort melden. In diesem Fall also ein 36-jähriger Patient, Immobilienkaufmann selbstständig, sehr viel auf Reisen, war immer gesund. Und vor zwölf Jahren, drei Monate lang, Finasterid wegen Alopecie, also nicht etwa die Dosis für die Prostata, 5 Milligramm, sondern nur 1 Milligramm Propecia. Drei Monate lang, selbst diese kurze Zeit hat gereicht, die Sexualität vollkommen zu mir liegen zu bringen. Libido ist bis heute verloren gegangen, komplett verloren gegangen, persistierende Schlafstörungen, wechselnd starke Fatigue. Testosteron-Substitution war ohne Wirkung. Tamoxifen, also Hemmung von Östrogen am Östrogenrezeptor, war ebenfalls ohne Wirkung nur eine vorübergehende Besserung, aber die nicht anhielt. Nach zwei Wochen Fastenkur gebessert hatten sich da Schlafstörer und die Sexualfunktion hatte sich leicht verbessert. Als ich ihn kennenlernte, keine spezifische Medikation. Allgemeine Marker waren normale Stoffwechselfunktionen, habe ich ein C sehr gut, 5,5. Homozystoin, das heißt die Versorgung mit den wichtigsten B-Vitaminen, auch optimal mit einem Wert von 7,8. Argenin normal, dann Vitamin D, was ich natürlich immer prüfe, was in diesem Zusammenhang, jetzt was die hormonelle Situation des Betreffenden angeht, natürlich nicht im Vordergrund steht, aber trotzdem ein Wert von nur 11,6. Und ein erstaunlich hoher Quotient, das heißt die Relation zwischen Vitamin D und dem aktiven Dihydroxy-Vitamin D3 war hier 3,4. Aber auch das ist noch im Normbereich, auch Parathormone im Normbereich. Man hatte oft Fälle, bei denen Vitamin D sehr niedrig ist. Eigentlich haben in Deutschland 95% und mehr der Bevölkerung Vitamin D-Werte unter 30, wenn sie nicht irgendwas nehmen oder wenn sie nicht gerade am Mittelmeer die ganze Zeit in der Sonne gelegen haben. Der Wert von 30 ist aber kein Normwert, sondern ein Sollwert, der heute als untere Grenze eines optimalen Status für sinnvoll gehalten wird, aus verschiedensten Gründen. Aber das ist ein anderes Thema. Also hier Vitamin D sehr niedrig, normalerweise steigt dann das aktive Vitamin D3, klingt verrückt, aber das steigt normalerweise mehr oder weniger stark an. Bei ihm auch, wie der Quotient zeigt, erheblich angestiegen, aber absolut nicht in dem Maße angestiegen. Warum steigt das an? Weil es unter Vitamin D-Mangel zu geringer Calciumaufnahme aus dem Darm kommt. Und dadurch steigt Parathormon an und mobilisiert Calcium aus dem Knochen und aktiviert in der Niere das Enzym, dass das aus dem inaktiven Vitamin D mit einer Hydroxygruppe das aktive Dihydroxyvitamin D macht. Also es ist ein völlig physiologischer Vorgang, dass das ansteigt, wenn das zu niedrig ist, wobei man natürlich ein bisschen auf die Konsultation achten muss. Die Zahlen sehen zwar gleich aus, aber der Konsultationsunterschied liegt bei 1000. Also wenn sich hier das um 100 ändert, dann ist das hinter der Kommastelle beim Gesamt Vitamin D. Das muss man natürlich beachten, das sieht dramatischer aus, als es ist. Also in dem Fall sogar nicht mal besonders dramatisch. Weiter, Selen sogar hoch, ist natürlich auch wichtig für die, auch Zink, sehr wichtig für die Gonadenfunktion. Alle B-Veltermine, das hat uns ja schon das Homocystein gezeigt, speziell B6, B12 und Vorsorge optimal. Zumal Q10 hatte natürlich auch zeitweise viel, dann zu der Zeit nichts genommen, aber Q10 hat ihm auch nichts gebracht. Schilddrüse gucke ich natürlich auch immer nach, wenn es um die Feststellung der hormonellen Situation geht. Hier völlig normale Werte, nur dass die periphere Konversion von T4 zum aktiven T3 leicht gestört ist, obwohl er Rohselen hat. Das Enzym hat also genügend, dass die Dejodierung von T4 Macht hat, also genügend Zelen zur Verfügung, um wirksam zu sein. Keine Schilddrüse und Antikörper, ACTH völlig normal, das heißt keine primäre Nebennierenrindenunterfunktion. IGF1 niedrig normal, lassen wir jetzt mal beiseite. Dann die Sexualhormonwerte, enorm hohes SHBG, Sexualhormonbindendes Globulin, das ist in der Regel genetisch angelegt. Bei Frauen ist natürlich zu beachten, oder bei Männern indirekt auch, der Östrogenspiegel. Östrogen induziert sehr stark in der Leber die Bildung von SHBG. Deswegen haben Frauen, die zum Beispiel die Pille nehmen, also ständig Östrogen zuführen, haben sehr hohe SHBG-Werte. Aber bei ihm für einen Mann, sehen Sie auch deutlich, weit über dem üblichen, das übliche liegt bei 20, 30 Nanomol pro Liter. Er liegt also bei 80. Das ist insofern zu beachten, dass wenn ich das Gesamttestestron messe, der Wert durchaus hoch sein kann, weil Gesamthormonmessung bedeutet, ich messe das freie und die 95% gesamtes Hormon. Und wenn der SHBG sehr hoch ist, habe ich auch schon von der Seite her eine hohe zirkulierende Hormonmenge, die insofern dann umso höher des SHBGs, umso mehr irreführt. Dann LH völlig normal, FSH grenzwertig und FSH ist insofern interessant, als FSH ja primär für die Bildung von Testestron in den Gonaden zuständig ist. Also hier könnte sich eine primäre Gonadenunterfunktion mit geringem Testestron verbergen. Dann schauen wir uns das Testestron an. Gesamttestestron hoch, aber ich habe schon gesagt, Einschränkung durch das hohe SHBG. Aber das freie Testestron auch gut. Nicht ideal, aber weit besser, als es bei einer Unterfunktion der Fall wäre. Die Hydrotestestron, völlig normal. Ja, Sie wissen oder wissen vielleicht nicht, ich will es natürlich Ihnen sagen, Testestron wird eigentlich in zwei Wege metabolisiert oder umgewandelt. Das eine ist der Umbau zu Östradiol, hier sehr niedrig, also Östradiol unterdurchschnittlich hoch. Und der andere Weg ist die Reduktion zum Dihydrotestestron. Und dieser Weg wird durch eine Reduktase, durch die Alpha-Reduktase bestimmt. Und Finasterid, was ja bei ihm das Ausgangsproblem war, oder zumindest den Anschein erweckt, dass es das wesentliche Problem ist, Finasterid hemmt hundertprozentig das Enzym, das aus Testestron, Dihydrotestestron macht. Also er hat ja zwölf Jahre kein Finasterid mehr genommen, kein Reduktase-Hämmer mehr verwendet. Und das Dihydrotestestron war auch in Fertis zum Testestron nicht schlecht. Auch das freie Testestron ist gut. Also er hat erstaunlicherweise grenzwellig hohes FSH, obwohl er vollkommen ausreichend Testestron zur Verfügung hat. Der Androgenindex ist zwar durch das hohe SAWG etwas beeinträchtigt, aber der ist halt nur ein grober Richtwert und sagt uns nicht das Richtige, was wir in dem Fall an der direkten Messung vom freien Testestron sehen, dass er genug hat. Die Dinge lasse ich mal weg. DIA, also die Vorstufe aller Androgene und Östrogene, völlig normal, sogar hoch normal. Und Androstendion, das ist jetzt der zweite Weg zum, wenn man so will, von den Androgenen zu den Östrogenen. Der eine ist ja direkt vom Testestron zum Östradiol. Der andere Weg ist DIA-Androstendion, hier völlig normal, zum Östron und vom Östron zum Östradiol. Östron ist bei ihm relativ hoch, Androstendion ist völlig normal, aber das reicht nicht. Und es wird auch kaum umgewandelt zum aktiven Östrogen, zum Östradiol. Also auch dieser Weg sieht also ziemlich unauffällig aus. Was haben wir noch gesehen? Natürlich guckt man sich auch die Nebennieren-Rennen-Funktion genauer an. ACTH war eingangs normal. Und da war das Erstaunliche bei ihm, was ich ehrlich gesagt bis heute nicht erklären kann, dass starke Schwankungen waren oder sind in der Hypothalamus-Hypophysen-neben-Nieren-Rinden-Achsen-Aktivität. Wir hatten also einen Fall mit normalem Cortisol und niedrig normalem ACTA. Das war der erste Wert, den wir hatten, im Februar dieses Jahr, 2022. Und bei einer Kontrolle jetzt plötzlich ein Wert, der erhöht ist, der also für niedriges Cortisol schrieb. Und hier war auch, zufällig haben wir in der Phase auch, weil wir schon vorher mal einen auffälligen Wert hatten, Cortisol im 24-Stunden-Oringen gemacht. Das war auch sehr niedrig. Also hier hat er auf jeden Fall eine Phase, wo absolut die Nieren-Rinden-Aktivität zumindest bezüglich Cortisol niedrig war. Bezüglich DIA haben wir ja gesehen, war er hoch. Und auch jetzt war DIA eigentlich eher sogar nicht so hoch wie ein paar Monate vorher, aber doch überdurchschnittlich hoch. Jetzt war Androstendion auch sogar erhöht, was vorher völlig normal war. Östron hatte sich aber nicht verändert. Also Östron geht aus dem Androstendion hervor. Östron war normal. Östradiol niedrig, also die Werte haben sich nicht wesentlich verändert. Dann habe ich natürlich bei ihm einen LHR-Test gemacht. Das heißt, die Hypophysen-Funktion getestet bezüglich Gornadotropin-Aktivität, indem ich das hypothalamische Hormon LHRH gespritzt habe und dann nach 20, 40 Minuten die Gornadotropine, LHR, FSH und Prolactin gemessen habe. Das ist unheimlich mitgemessen, hat aber, da sieht man aber wenig in dieser kurzen Zeit. Also LHRH-Gabe hat zu einem sehr starken Anstieg von LH geführt, der optimal ist. Und auch FSH steigt generell viel weniger an, sollte sich aber mindestens verdoppeln, ist deutlich angestiegen, ist ausreichend, aber war nicht optimal, speziell im Vergleich zu LH. Also beide hier basal, völlig normal. Ich habe Ihnen einen anderen Wert gezeigt, da war das FSH-13, also leicht erhöht. Das heißt, wir haben es mit der heppigen Schwankung bei ihm, sowohl in der hypothalamisch-hypophyser-adrenalen-Achse, als auch auf der Gonaden-Achse, hypothalamus-hypophyse-Gonaden, zu tun, die eigentlich bis heute nicht erklärt sind, die man beobachten muss. Dazu kommen aber unveränderlich, dass Testosteron, was übrigens in diesem Fall hier wiederum sehr niedrig war, Testosteron und auch Freistestosteron sehr stark schwanken, genauso wie Cortisol und die Nebennieren-Rindern-Aktivität. Kurz gesagt, Hypophyser liegt bei ihm keine Einschränkung vor. Die hypothalamische Aktivität scheint stark schwankend zu sein und damit auch gekoppelt die Peripherien-Funktion sowohl auf der Gonadenseite als auch auf der Nebennieren-Seite stark schwankend. Hier war zum Beispiel in dieser Phase ein Cortisol-Tagsprofil, das auch eine starke Unterfunktion zeigte, mit sehr niedrigem Morgenwert und den ganzen Tag über sehr niedrigen Werten, während der A absolut zufriedenstehend, sogar hier auf sehr gutem Level hoch ist. Das darf man nicht verwechseln mit dem DRS, das man im Blut misst. Natürlich ist es das gleiche Grundmolekül, Dehydroepiandrosteron und beim DRS eben die sulfatierte Form, aber auch hier ist ein riesen Konzentrationsunterschied, der beim Faktor 1000 liegt. Das heißt, dieser Wert entspricht der ersten Stelle hinter dem Komma beim Gesamt-DRS. Das ist nicht repräsentativ für den Gesamtkörpergehalt an DRS. Das an DHEA, muss man eigentlich sagen. Das muss man immer wieder betonen. Dann hat er natürlich, nachdem er zwölf Jahre mit massivsten Problemen auf der hormonellen Seite zu tun hat, auch deutliche Störungen in der, wenn man so will, in der neuronalen Funktion. Serotonin sehr niedrig, Dopamin niedrig und auch Nordalin sehr niedrig. Das heißt also reduzierte Katalamin-Aktivität und reduzierte Serotonin-Aktivität, wird auch das Gesamtserotonin, wenn man es betrachtet, mit seinen Metaboliten zusammen deutlich zu niedrig. Aber das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. In der HRV sieht man auch, das ist Sympathikus-Aktivität, grob gesprochen, das ist Parasympathikus, dass er eine reduzierte, was wir ja auch bei den Katalamin gesehen haben, eine reduzierte Sympathikus-Aktivität hat, denn das müsste noch mindestens gleich hoch sein oder sogar höher. Und diese Aktivität ändert sich dann kaum, eigentlich ändert sich das Bild kaum. Die Parasympathikus-Aktivität nimmt unter tiefer Atmung, was ein sehr starker Parasympathikus-Reiz ist. Sechs Atemzüge pro Minute wird ja auch als Biofeedback-Verfahren verwendet. Unter tiefer Atmung hat die Parasympathikus-Aktivität noch ein bisschen weiter zugenommen. Also das Auffällige ist, dass seine Sympathikus-Aktivität stark vermindert ist. Inwieweit diese Dinge nun mit der hypothalamischen zentralen Schaltfunktion zu tun haben, ist natürlich nicht schlüssig zu sagen, aber doch sehr wahrscheinlich, dass da das Problem liegt. Er erhält ein Kombinationsperfabat, NeuReplit, das sowohl Serotonin unterstützt mit 5-HTP, als auch die Katschlamine unterstützt mit Tyrosin und etwas Mucunia, also DOPA-haltigem Mucunia-Extrakt, außerdem natürlich Vitamin D. Und hatte dann in einer, oder derzeit probieren wir DAEA, 50 Milligramm. Anastrozol ist ein Aromatase-Hemmer. Warum? Bei Männern wird DAEA bevorzugt in Östrogene, also wenn man DAEA oral nimmt, werden bevorzugt steigen die Östrogene an, was nicht unbedingt erwünscht ist, wenn es zum Brustwachstum kommt. Deswegen wird, die Bodybuilder kennen sich da bestens aus, wird dazu ein Aromatase-Hemmer genommen, der die Umwandlung in Östrogen verhindert und dadurch mehr Testosteronbildung ermöglicht. Das ist eine Option, es gibt natürlich eine ganze Reihe anderer Optionen, die mehr oder weniger gut sind. Es gibt, sagen wir mal, für einfache Fälle, Tribulus führt nachweislich zu einem gewissen, zu einem leichten Testosteronanstieg, Marka ebenfalls, L-Arginin, was jetzt die Sexualfunktion angeht, hat L-Arginin-begrenzten Effekt, wenn man es allerdings mit NAD zusammenverwendet, am besten mit dem NAD-Ribosid, das eine ganz starke aktivierende Wirkung hat. Arginin plus NAD-Ribosid hat also da eine deutlich stärkere Wirkung. Dann kann man generell die Aromatase-Hemmen mit Anastrozol oder Letrozol, was natürlich nur bei hohen Östrogenen sinnvoll ist, in seinem Fall nicht sinnvoll, weil die Östrogenen, speziell Östhodiol, von Hause schon so niedrig sind. Dann gibt es die Möglichkeit der Reduktase-Hemmung, also Finasterid, was sich natürlich nur bei hohem Dihydrotestestosteronwert lohnt. Und durch Hemmung dieser Umwandlung in DRT eben dann Steigerung von Testosteron. Dann gibt es die Möglichkeit der, ja, was wir bei ihm derzeit probieren, mit einem Aromatase-Hemmer. Da liegen die Ergebnisse aber noch nicht endgültig klar. Oder Clomiphene, das auch das Sypophyser wirkt und die LHFSH-Sekretion stimuliert. Und auch hier, weil sie natürlich sowohl Richtung Andogen als auch Richtung Östrogen stimuliert, hier in Aromatase-Hemmer dazu eine weitere Möglichkeit. Aber Clomiphene wird nicht immer gut vertragen. Eine weitere Möglichkeit ist auch noch Beta-HCG. Das muss man allerdings subkutan indizieren, gibt es als Präparat Predallon. Und das zum Beispiel jeden zweiten Tag eben über eine hypophysäre Stimulation. Und schließlich bleibt dann unter Umständen nur die Testosterongabe selbst. Entweder über die Haut, gibt es verschiedene Gelformen, oder eben intramuskulär, was dann zwei bis drei Monate hält, Nebido. Also würde ich natürlich bei jungen Menschen nur als letzte Lösung machen, wenn ich mit anderen Formen der Steigerung nicht hinkomme. Dieser Fall ist insofern von Bedeutung, weil es sich um ein sogenanntes Post-Finasterid-Syndrom handelt. Das ist sehr wenig bekannt. Wir wissen auch nicht, in welcher Häufigkeit es vorkommt. Aber es ist auf jeden Fall keine extreme Rarität, denn es gibt sogar betroffene Gruppen, die sich dieses Themas angenommen haben. Und wenn man sich im Internet umschaut, sieht man da sehr viel. Also Finasterid, was ja millionenfach verwendet wird, entweder als Haarbuchsmittel bei androgenem Alopezie-Entwicklung, oder eben was die Prostata-Hypertrophie angeht, wo man auch die Hydro-Testosteron in erster Linie anschuldigt, eben in der Vorsorge oder in der Behandlung der Prostata-Hyperplasie, wird ja Finasterid dann in höhere Dosierung, wie gesagt, millionenfach verwendet. Also dieses Thema ist nicht ganz ungefährlich. Und was man auch beachten muss, es kommt nicht selten zu Depressionen unter Finasterid. Warum? Weil Finasterid, das zeige ich Ihnen aber gleich in einem anderen, im nächsten Jahr. Ich zeige Ihnen erstmal nochmal die Grundzüge der Steroid-Hormon-Bildung. Also in unserem Fall interessiert es speziell Testosteron und Östrogen. Cholesterin ist das geliebte Cholesterin, ist also der Ausgangspunkt für all diese Hormone. Wird dann in Prägeniolum gewandelt und dann geht entweder der Weg zum Progesteron oder er geht über DHEA, das ist hier, Dehydroepi-Androsteron, über eine weitere Umwandlung zum Testosteron oder erst zum Androstendion, das ich Ihnen auch genannt habe und dann eben letztlich über Östron zum Östradiol oder eben direkt vom Testosteron weiter zum Östradiol. Also, das ist übrigens der einzige Weg über Androstendion oder über Testosteron zu den Östrogenen. Die Östrogene werden ausschließlich aus den Androgenen hergestellt. Es gibt keinen anderen direkten Weg zu den Östrogenen. Und beides wird über dieselbe Aromatase gesteuert, also Androstendion zu Östron und Testosteron zu Östradiol. Also habe ich hier die Möglichkeit. Und die verfügbaren Aromatase-Hemmer sind in der Tat auch so effektiv, dass sie die Aromatase zu 100% hemmen und haben eine lange Halbwertszeit. Deswegen muss man nicht jeden Tag was nehmen, sondern vielleicht nur einmal in der Woche oder alle zwei, drei Tage eine Tablette mit dem Aromatase-Hemmer, wenn man diesen Behandlungsweg, den ich vorher skittiert habe, wenn man den bestreitet. Also das ist das Grundprinzip. Was aber beim Finasterid zu beachten ist, dass auch die Zentrale, das zentral sehr wichtige Pregneolon, das ja einerseits nur die Vorstube von allen Steroid-Hormonen ist, aber zum anderen zu den wichtigsten Neurhormonen gehört, dass das Pregneolon umgewandelt wird über Progesteron zentral zum Allopregneolon und das ist der stärkste GABA-Ligand. Das hat also von allen Hormonen, die wirksam sind, von allen zentral wirksamen Molekülen hat es die stärkste GABA-verstärkende Wirkung am GABA-Rezeptor. Und GABA, wie Sie wissen, oder wie Sie vielleicht nicht wissen, aber GABA ist das, der Neurotransmitter, der im Gehirn erstens sehr stark vertreten ist und zu dessen Funktionen gehört generell Dämpfung der neuronalen Aktivitäten, was sich dann auswirkt in Form von Schlafverbesserung, von Entspannung, von Stimmungsanhebung und deswegen eben auch durchaus in seltenen, für nicht seltenen Fällen Depressionen oder eher Angststörungen, angstlösende Wirkung von GABA. GABA ist absolut zentral für das Thema Angstauslösung beziehungsweise Angstverhinderung. Das GABA hat da die absolut wichtigste Wirkung. Übrigens GABA verstärkt durch Serotonin. Die beiden sind also ganz wichtig für die Angststeuerung, sodass Ängste und Depressionen, was ja oft so zusammen vorkommt, auch mit beeinflusst werden, wenn ich Finasterid betrachte. Also wir haben mit Finasterid durch außen potentes, aber auch sehr in Einzelfällen riskantes Molekül, weil es einerseits zu einem kompletten Erliegen, dauerhaften und bis heute nicht gelösten Erliegen, der Sexualität führen kann, zum sogenannten Postfinasterid-Syndrom und dazu unter Anwendung zu Depressionen führen kann, was an der zentralen Hemmung der Reduktase liegt, die ja hier genauso aktiv ist, in der Umwandlung vom Progesteron in das GABA-aktive Alupregnenodon. Also, das ist zu beachten beim Finasterid. Man versucht herauszufinden, das ist eigentlich als neuer Ding, Sie sehen, die Arbeiten, die es dazu gibt, sind von diesem Jahr, vorher hat es noch nicht viel gegeben, man versucht herauszufinden, was ist das Besondere, was Finasterid ausschließt, dass es zu einem Postfinasterid-Syndrom kommen kann. Ich will das jetzt nur noch skizzieren, es gibt also diese Arbeit im Psycho-Nero-Endocrinology von Sorgio, die sich mit den molekularen Veränderungen befasst haben und gefunden haben, dass es eben, dass es letztlich neun signifikante Genexpressionsveränderungen gibt und die Gene, die betroffen sind, die also unter Finasterid sich verändern, und die bei Personen, die eine Finasterid-bezogene Problematik entwickeln, gegenüber denen, die Finasterid problemlos vertragen, als Besonderheit herausstellen, sind diese hier, die also die GABA betreffen, Dopamin betreffen, Glutamat betreffen, also das Verhältnis GABA zu Glutamat betreffen, die Aromatase-Aktivität, also einerseits die Sterozyntese, zum anderen vor allem aber wirksam sind auf der Neuro-Endokrin-Situation und hier GABA beeinflussen, GABA-Glutamat in der Hauptsache. Also das sind Beobachten, die jetzt da sind, die man aber noch nicht umsetzen kann in entsprechende Therapien. Und auch im Dezember publiziert jetzt, also diesen Monat publiziert, im Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ein weiterer Report, bei dem man feststellen wollte, was unterscheidet die Personen, die ein Post-Finasterid-Syndrom entwickeln, von denen, die Finasterid verwendet haben und keine Folgekomplikationen entwickeln, da ist sehr intensiv die ganze hormonelle Situation geprüft worden und auch der Andogenrezeptor, die Genetik des Andogenrezeptors untersucht worden und ich fasse es zusammen, man hat nichts gefunden. Man hat überhaupt keine Unterschiede gefunden, allerdings muss man sagen, man hat natürlich nicht, man hat viel untersucht, aber nicht alles. Und speziell die ganze zentrale Problematik von Finasterid ist dabei völlig ausgeklammert geblieben. Möglicherweise haben wir es also mit einem zentralen Problem zu tun, was aber noch weiter zu klären ist und wo wir auch noch keinen wirklich effektiven Behandlungsweg sehen. Das also als Hinweis, wie gesagt, Post-Finasterid-Syndrom ist eine relativ neue, aber wirklich zu beachtende Entität, vor allen Dingen, weil Finasterid heute ja millionenfach eingesetzt wird. Und damit möchte ich schließen und danken für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihr Interesse. Weitere Informationen finden Sie unter www.dr-biger.de Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik, dann schicken Sie uns doch bitte eine E-Mail an praxis-at-biger.de Vielen Dank.